Funkelter Regenbogenformler, beträchtlicher Disco-Kugel. Cool. Abartige, niederträchtige, kleine Oma. Halt mal abfällige Oma. Ich hab Angst vor diesen Monstern. Huch da. Ein Buch. Was ist mit dem her? Was ist hinter mir? Bewegend. Hä? Angel, müssen wir mal wieder angeln gehen. Dann können wir den vielleicht wegziehen. Hä, wie soll jetzt die Oma das Teil? Gib her. Mann. Die Oma klaut das einfach so krass. Haha. Hahaha. Lol. Die Oma hat mir doch tatsächlich das Ding geklaut. Oh, geht's nicht mehr hin. Hallöchen, Popöchen. Bauchredner Popper. Na, komm mal mit. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die Flamme hält mich hier unten gefangen. Welche Flamme? Was ist das überhaupt für ein Vieh? Wieso komm ich hier nicht mehr hoch? Oh. Die Flamme hält mich hier unten gefangen. Ich seh keine Flamme. Was ist denn hier? Oh. Horror im Keller. Wä, 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 wä. Wie komm ich jetzt hier wieder hoch? Bitte agieren. Oh, jetzt hab ich noch was gemacht. Dann reichen wir den Hexenbesen. Hexentransport. Toll. Hä? Wie, ich konnte doch jetzt gerade eben noch hoch. Ey, jetzt reicht's mir. Du dämliche Arschpuppe. Komm hier rein. Boah. Er hat ihn voll kaputt gehauen. Ich komm mir nicht mehr raus. Muss mal zurücksetzen drücken. Mann, ey. Voll doof. So. Was gibt es hier? Eine Spinne? Ich will forscheneinflößender sein. Große. Arachnophobie. Äh? Arachnophobie. Ja, das weiß ich, dass das heißt. Ja, Angst vor Spinnen. Cool, da oben ist auch noch was. Mach den Durchsachboden etwas gruseliger. Gruselige Oma. Das ist immer so das Richtige. Wohoho, das ist die gruselige Oma. Aufsummeln. Hä? Geht nicht. Was soll man das jetzt bitte etwas gruseliger machen? Mann, ey. Komm näher, um mich zu stauken. Hexen, Besen. Haben wir ja gerade gelernt, dass das funktioniert. So. Gruselige Oma. Findet die Geister und befreie sie. Oh ja. Machen wir. Hm. Das ist die Schokolade nebenbei, ist immer gut. Oh. Mhm, mhm. Hm. Hm. No. Befreit das Haus von den Geistern. Gib Maxwell zuerst etwas, mit dem es Übernatürliches sieht. Womit sieht man Überserie? Übernatürliche. Da ist das Ding von den Ghostbusters. Da muss ich mal schnell nachgucken, du. Wie heißt das Ding von den Ghostbusters? Da ist das Ding von den Ghostbusters. Vielleicht den Ghostbusters. Ghostbusters. Der wird uns helfen. Hm. 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 Da habe ich Google gerade. Ähm. Ghostbusters Messgerät. Ach, das PKE-Messgerät war das. Genau. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. PKE-Messgerät. Ne, das wird mit Minus geschrieben. Ach, so ein blödes Mist. Elektronisch. Geisterbrille vielleicht. Geisterhaie, Geisterbahn, Geisterhaus, Geisterjäger. Hm. Gib mir drei Dinge zum Spielen und ich verlasse das Haus. Oh Mann ey, der Geisterjäger hat unseren Geist getötet. Ist ja witzig. Ja, schneller. Hm. Hm. Geister, Jäger. So. So. Drei Dinge zum Spielen. Da kriegst du eine Frisbee-Scheibe. Hm. Ja. Eine Sache. Dann kriegst du einen Domino-Stein. Hm. Wann können wir noch spielen? Game Boy wird es wahrscheinlich nicht geben. Game Pad. Ja, kriegst du noch ein Game Pad. Cool. Hm. Ich verschwinde erst, wenn ich die Off-Zett bekomme, die ich verdiene. Gib mir drei Dinge, um mich zu befreien. Hm. 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 Strauß. Äh. Blumen natürlich nicht hier. Da. Das ist eins von drei Sachen. Brauchen wir noch. Ein blau... ...blaues Band. Hm. Oh, ne Party-Dick-O-Tion dann halt. Hey. Und nen Schlipper. Mann, hey. Unterhose altmodisch. Ja. Hm. So. So. Okay, was brauchen wir jetzt hier noch? Ähm, ne Krone. Das ist ja immer das beliebteste Aktiv. So. Hey. Mein Fresser. Ne Mann. Ach. Hiiii. Buf. Next. Ich sitze hier schon seit langem fest. Gib mir drei Relikte der heiligen Kirche und ich kann diesen auch verlassen. Früher in den Spielen hätte man das nie gemacht. Weil... ...die Kirche und Spielen ist ja immer so ein Ding da. Na, weiß man nie. Ist das jetzt okay oder nicht? Oh, Kreuz kann man ja finden. Was brauchen wir noch? Weihwasser. Und Gott. Äh. Nicht Gott. Gott. Bitteschön. Ah, okay. Ich will als längstes... Ich war als längstes in diesem Haus. Gib mir drei Dinge, die ich zu Lebzeiten wollte, damit ich endlich gehen kann. Hm. Bestimmt wollt ihr ja Unterhosen. Hey, Unterhosen. Drache. Oh, jetzt rettet ihr auf den Drachen. Geil. Das ist ja mega. Dann wollt ihr bestimmt noch eine Prinzessin. Und... ...noch eine Prinzessin. Ja, wollt ihr bestimmt zwei Prinzessin haben. Ich hab was für Geister und dann haben wir ab. Hm. Mutiger. So, jetzt hättest du keine Angst mehr. Hm. Hm. Okay, was braucht der Typ hier noch? Was braucht so einen Ritter noch? Außer nem Schwert. Hm. 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 Hm, lass uns mal kurz überlegen. Hm. Einen Hering, dann halt von mir aus. Das hat der geilsten Hering genahnt, geil. Na ja, okay, ein Schwert. Kein ein Schwert. Boah, ein geiles Langschwert. Nein, doch nicht. Nein. Alter, gib mir das Schwert zurück. Mann. Na ja, ja. So. Was ist denn jetzt hier los? Will ich veralbern? Es will denn so einen Ritter noch? Gold, meine Fresse, da. So, endlich. Hm. Hm, 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 hm. Sind wir bald durch hier? Jo, gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Da ist ja noch ein Stückchen Platz. Gehen wir mal hier hin. Die Ruinen von Ellipsis. Die Ruinen von Epilepsie. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hammer. Hm. Hm, 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 hm. Was gibt's hier bei dir? Mit dieser fleischfressenden Pflanze könnten Krankheiten geheilt werden, aber sie wächst nicht. Hallo? Prägnet die auch mal? Vielleicht eine Stromwolke? Nein. Hallo. Aber sie wächst. Oh, die hat da den Dünger. Achso. Ja, warte mal, der hat schon eine Kieskalle. Die braucht Sonne. Nee, Sonne hilft auch nicht. Kannst du Fleisch fressen und Pflanze? Oh ja. Jam, 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 jam. Endlich kann ich dich fressen. Okay, was gibt's bei euch? Der kleine Ameisen. Unsere Anführerin ist gestorben. Erschaffe eine neu geeignete Anführerin. Anführerin. Da. Hat die Angst vor Spinnen? Äh, Insekten. Ameisenkönigin. Ameisenjungfer. Ameisen. Tangara. What the fuck? Alter Vater. Hm. Ameisenkugwagen? Das sagt mir so nix. Nennt man die auch Ameisen, ja? Kann ich nix mit anfangen, du. Was gibt's hier Schönes? Statte deine Gruppe von tapferen Abenteurern für legendäre Reise aus. Für eine legendäre Reise aus. Okay, machen wir. Ja. Guck in hier. Oha. Bereite die Abenteurer auf eine epische Aufgabe. Rüste den Krieger mit einer Waffe aus. Nee, 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 nee. Tisch. Genius Keller. So. Jahrhundert. War hole.